Wir starten eine neue Predigtreihe, eine Reise durch den Philippabrief. Dieser Brief ging an die erste christliche Gemeinschaft in Osteuropa. Wir machen uns auf den Weg, in den nächsten acht Wochen diesen Brief komplett durchzulesen und sind gespannt auf das, was auf uns zukommt. Wir tauchen ein in diesem Brief und bereiten uns auf Begegnung mit Gott vor. Also, auf dieses Abenteuer packt eure Wanderschuhe ein, eure Bibel ein und kommt mit auf eine Reise durch den Philippabrief.